Guten Abend, meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Studierende. Ich freue mich sehr, dass Sie sich von diesem unlieblichen Februarwetter nicht haben abhalten lassen, hier den Weg ins Auditorium des Grimm-Zentrums anzutreten und begrüße Sie sehr herzlich zur heutigen Mosse-Lecture, mit der wir unser Nachdenken über Wachen und Schlafen fortsetzen. Sleep Modes lautet das Thema, das wir uns in diesem Wintersemester gestellt haben. Und tatsächlich ging es in den bisherigen Vorträgen vor allem um das Schlafen, um seine wissenschaftliche Begleitung und Vermessung, um die Möglichkeiten seiner Optimierung und Verkürzung, die Unterwerfung der Bettzeit unter das Regime der Uhr und seine Ausrichtung auf einen mechanischen Takt, der von der Arbeitswelt vorgegeben wird. Gute Bürgerinnen und Bürger werden in Industriegesellschaften wie den USA oder Japan, in denen auch die Schlafforschung boomt, als Leistungsträger angesprochen, die sich fit und ausgeruht an ihr Tagewerk machen und sich nach Feierabend vor allem deshalb auf Matratzen, Futons und Tatami-Matten legen, weil sie Energie für ein langes Berufsleben tanken wollen, in dem zur Steigerung des Bruttosozialprodukts tagtäglich frisch auf in die Hände gespuckt wird. Die Älteren unter Ihnen erinnern sich an den Song der Spider-Möfige. Schlafen und Wachen sind nach diesem physiologischen Verständnis klar geschiedene Zustände. Und selbst wenn wir dem Psychoanalytiker Sigmund Freud die Einsicht verdanken, dass im Schlaf der Vernunft das Unbewusste aktiv wird, sich unermüdlich an nicht erledigten Tagesresten, an verdrängten Wünschen, Ängsten und Schockerlebnissen abarbeitet, so steht der Schlaf im Zeichen der mentalen Hygiene. Er hilft beim Aufbau von Resilienz und verschafft dem Körper Erholung für die Umtriebigkeit in Wachphasen. Schlafen ist gesund. Man kann mithilfe von leistungssteigernden Drogen oder durch gezieltes Training zwar das individuelle Schlafbedürfnis minimieren, aber eine beständige Schlaflosigkeit hält auf Dauer niemand aus. Es ist eine Pathologie, ein Leiden am ungewollten Wachsein, das Antrieb für die kreative Nutzung im literarischen Schreiben sein kann, wie Samantha Harvey in der letzten Mossel Lecture ausführte. Erlösung bietet das Schreiben aber nicht. Auch deshalb geht die Suche nach anderen Selbsttechniken des Zuruhekommens und nicht zuletzt nach Kräutern weiter, die gegen die Qual des Schlafentzugs gewachsen sind. Mit der Mossel Lecture des heutigen Abends gerät dieses wechselseitige Ausschließungsverhältnis von Schlafen und Wachen durcheinander. Und das Wachen rückt als erwünschter Dauerzustand in ein anderes Licht. Aus der Perspektive der Wünsche und Appelle, die diesmal im Zentrum stehen, erscheint das Schlafen als Problem, das überwunden werden muss. Dabei ist ein Schlaf gemeint, der mit dem bloßen Abwerfen der Bettdecke nicht aufhört. Um aufzuwachen, muss man erweckt werden. Und der Wecker ist in diesem Fall weder eine dumme noch eine smarte Uhr, sondern eine Stimme von oben, die nur der vernimmt, der ihr Gehör schenken will und ihren Ruf erhört. Wachet auf, ruft uns die Stimme, beginnt einer der bekanntesten Choräle Johann Sebastian Bachs. Ihr Text entstand im späten 16. Jahrhundert und stammt von Philipp Nikolai. Die Vorstellung des Aufwachens im Sinne solchen Erwecktwerdens ist mit dem Christentum eng verknüpft und in der Neuzeit insbesondere ein Phänomen von innerkirchlichen Reformbewegungen, die sich mit fundamentalistischer Werf auf ursprüngliche Formen der Gottesunmittelbarkeit von Gläubigen berufen. Das Wachwerden ist für solche Erweckungsbewegungen an ein einschneidendes und lebensveränderndes Erweckungserlebnis gebunden, an eine Kehrtwende, eine Konversion, die die Erwachten vom Irrweg auf den rechten Pfad führt und mit dem Privileg einer inneren Erleuchtung und eines überlegenen Wissens beschenkt. Zur weltweit wachsenden Schar solcher Konvertiten gehörte in der jüngeren Vergangenheit auch der ehemalige US-Präsident George W. Bush. Bush hatte in Texas eine jahrzehntelange Karriere als Säufer hinter sich und für die Kirche wenig übrig, bevor ihn die Wahlkampfmanager seines Vaters zu einer Radikalkur drängten. Da war Bush Jr. 50, für die Begriffe Goethes also ein Mann in den besten Jahren. Der Pharma zufolge soll Bush Jr. dem Wunsch nach einer solchen Radikalkur auf eine radikale Weise entsprochen haben, indem er darauf verzichtete, sich einer Therapiegruppe der anonymen Alkoholiker anzuschließen. Stattdessen trat er einer Bibelgruppe für Männer bei, entsagte dem Suff und wandelte sich zum frommen Christen, der sich von Gott sogleich zu höherem G-Rufen und B-Rufen wähnte. Als er dann selbst fürs Amt des US-Präsidenten kandidierte, konnte er sich auf zahlreiche Wählerstimmen aus den Kreisen evangelikaler Christen stützen, mit den fatalen Folgen für die US-amerikanische Politik, die bis heute nachwirken. Der evangelikale Einfluss auf die US-amerikanische Politik ist seither noch gewachsen. Die christlichen Fundamentalisten sind mittlerweile aber längst nicht mehr die einzigen, die sich auf Erleuchtungen durch prägende Erweckungserlebnisse berufen. Auch Verschwörungsdenker führen ihre Dissidenz vom Mainstream der Medien und der politischen Parteikartelle auf solche biografischen Zäsuren zurück und betrachten die Restwelt, die dem Massenbetrug durch das Establishment auf den Leim geht, als Schiepel. Schiepel ist ein Kofferwort, eine sprachliche Verschmelzung von People und Sheep, von Leuten und Schafen. Schon an dem Bestiarium von tierischen Langschläfern, das ihnen in den Mosse-Letschers dieses Wintersemesters begegnet, die Zügelpinguine in der Antarktis mit ihrem elf- bis zwölf-Stunden-Schlaf in vier Sekundeneinheiten, an die Ulrike Fedder Anfang des Jahres erinnerte, und jetzt den Schlafschafen in Form der Schiepel, können sie erkennen, dass sich mit dem Begriff des Schlafens hier völlig heterogenes verbindet. In der politischen Zoologie der Verschwörungsdenker sind Schlafschafe keine natürliche Spezies, sondern das Produkt von finsteren Pastoralmächten, die nur so tun, als seien sie gute Hirten, wenn sie verhindern wollen, dass aus ihren Lämmerherden ein Rebell mit unabhängigem Geist ausbricht. Wach sind nach diesem Verständnis die Nichtschläfer, die sich in ihrem Widerstand gegen die Schäfer zusammentun. Wieder anders ist die Wokeness besetzt, die einst mit einem wachen Bewusstsein für Rassismus und soziale Ungleichheit verknüpft war und inzwischen als Schimpfwort gebraucht wird, als Diffamierung einer Achtsamkeit, die konservativen Kulturkritikern als scheinheilig gilt. In den polarisierten Debatten der Gegenwart scheinen sich Wachheitsextremisten auf beiden Seiten des politischen Spektrums gegenüberzustehen. Fundamentalisten und Staatsmedienfeinde auf Seiten der Rechten und fanatische Apostel der Wokeness auf Seiten der Linken. Aber so einfach ist es nicht, werden wir heute mit Blick auf die Gemengelagen in den USA erfahren. Auch wenn die Begriffe des Erwecktseins und der Wokeness sich nicht ohne weiteres ineinander übersetzen lassen, so gibt es zwischen beidem doch untergründige Verbindungen. Unser Gast des heutigen Abends, der Amerikanist Michael Hochgeschwender, verfolgt die Entwicklung von kirchlichen und zivilreligiösen Bewegungen bereits seit Jahrzehnten und er bringt für diese Forschungen beste Sachkenntnisse aus unterschiedlichen Disziplinen mit. Er hat zunächst Theologie studiert und sich im Zuge der Promotion, wenn ich das richtig sehe, auf die nordamerikanische Geschichte verlegt, ohne sein religionshistorisches Interesse dabei aufzugeben. 2003 wurde er in Tübingen mit einer Arbeit zur Sklavenfrage und dem US-amerikanischen Katholizismus habilitiert. Seit 2004 hat Michael Hochgeschwender an der Ludwig-Maximilians-Universität in München die Professur für nordamerikanische Kulturgeschichte, empirische Kulturforschung und Kulturanthropologie inne. Aus der Fülle seiner Publikationen möchte ich nur drei erwähnen. Den 2007 veröffentlichten Groß-Essay zur amerikanischen Religion, der einen Überblick über Evangelikalismus, Pfingstlertum und Fundamentalismus bietet und die beiden Bände im CH Beck Verlag, von denen der eine den amerikanischen Bürgerkrieg und der zweite die Geburt der amerikanischen Nation in den Revolutionsjahren 1760 bis 1783 behandelt, mit Ausblicken ins Jahr 1815 hinein. Neben der US-Geschichte des 18. und 19. Jahrhunderts gelten weitere Forschungsschwerpunkte der Zeitgeschichte, der Kulturgeschichte des Kalten Krieges, etwa der Frauen- und Geschlechtergeschichte, der Geschichte des Black America. In Aufsatzbeiträgen hat Michael Hochgeschwender so zum Beispiel wiederholt den Bürgerrechtler und Baptistenprediger Martin Luther King in den Mittelpunkt gestellt, aber auch den US-amerikanischen Weihnachtsfilm der Nachkriegszeit beleuchtet. Heute spricht er über Evangelikalismus und Wokeness und macht uns in seinem Vortrag mit der gesellschaftlichen Funktion der Semantik des Erwachens bekannt. Lieber Herr Hochgeschwender, wir freuen uns sehr, dass Sie da sind und heißen Sie an der Humboldt-Universität sehr herzlich willkommen. The floor is yours. Vielen Dank für diese sehr freundlichen Begrüßungsworte. Erst einmal möchte ich mich ganz herzlich für die Einladung heute Abend bedanken, die mich dazu gebracht hat, mich mit diesem Thema, vor allem auch des Vergleiches zwischen Evangelikalen und der Wokeness-Bewegung etwas intensiver zu beschäftigen. Beide getrennt werden bei uns ja immer wieder behandelt, aber die Frage nach den internen Verbindungen, wo sind Trennlinien, wo sind aber auch Ähnlichkeiten, das wird eigentlich nicht so oft gemacht. Vorab gleich ein Hinweis zur Warnung. Wenn ich hier von Evangelikalen einerseits und von der sogenannten Wokeness andererseits spreche, spreche ich von höchst unterschiedlichen Phänomenen. Und das Problem liegt oft darin, dass es sich nicht notwendig um Selbstbezeichnungen handelt, sondern um Fremdzuschreibungen. Also heutzutage in den USA etwa Evangelikale bezeichnen sich oft als conservative mainstream und sagen, wir haben mit Evangelikalismus nichts mehr im Hut. Und Fundamentalismus ist sehr oft eine komplette Fremdzuschreibung. Ich kenne kaum einen Evangelikalen, der von sich sagen würde, ich bin Fundamentalist. Ähnlich gilt es auch mit der Semantik um Awakening. Der Begriff Awakening ist relativ alt und ist schon im 18. Jahrhundert verwendet worden. Allerdings benutzte man zu dieser Zeit noch lieber das Wort Revival oder Revivalism, so dass Awakening immer nur ein Element dessen, was die gesamten Bewegungen ausmachte, bezeichnete. Und auch die Anhänger haben sich in der Regel nicht als die Erweckten bezeichnet, sondern sie waren die Newlights oder Evangelicals oder haben sich als besonders fromme Baptisten, Methodisten, Presbyterianer und Ähnliches bezeichnet, um sich dann von den konventionellen, alten, orthodoxen und im gewissen Sinne verschnarchten und verschlafenen Oldlights abzusetzen. Und das Interessante hierbei ist wieder die Nähe zur, wenn man so will, Erweckungsbewegung der Aufklärung, des Enlightenment, also New Light und Enlightenment. Die gehen fast parallel und wie Frank Kelleter gezeigt hat, widersprechen sie sich im 18. Jahrhundert noch gar nicht so sehr. Das ist tatsächlich auch kennzeichnend für Evangelikalismus in den USA. In Deutschland sind am ehesten, und auch die würden sich nur selten als Erweckte bezeichnen, die Pietisten mit diesen Evangelikalen verwandt, die ja eher als die Stillen im Lande gelten, was sie nicht immer waren, aber das ist eine Selbstbezeichnung, während tatsächlich Erweckte auch hier keine Selbstbezeichnung wäre. Dennoch macht es Sinn, typologisch von Erweckungskristentum zu sprechen, zumal die Idee der Erweckung und des Erwecktseins in diesen Bewegungen eine sehr wichtige Rolle spielt. Auch das muss vorab gesagt werden. Es ist sozusagen in der Begrifflichkeit die Suggestion von Kohärenz und Einheitlichkeit. Weder die Awakenings noch die Wokeness sind irgendwie kohärent oder einheitlich. Es gibt keine geschlossene Führung, es gibt im Grunde keine feste Dogmatik, sondern es gibt Bewegungen, Netzwerke, würde man heute sagen, die miteinander interagieren, die in einem permanenten Diskurs stehen. Und das macht es sehr schwer, geschlossene Aussagen über diese Gruppen zu machen. Beim Konzept Wokeness liegt die Schwierigkeit, und das wurde in den Begrüßungsworten schon angedeutet, darin, dass man eine ganze Zeit lang im Bereich dieser Woken-Interaktionsgruppen, wenn man das so nennen will, sich tatsächlich als woke bezeichnet hat. Das aber seit etwa 2020, als dann die konservative Kritik an der Wokeness begann, ähnlich wie bei anderen Phänomenen, denken Sie an Social Justice Warrior oder Political Correctness, dass man dann sagte, nein, wir sind nicht woke. Wir sind auch keine Social Justice Warriors oder wir sind auch nicht politically correct, sondern dann begann man im Wesentlichen entweder von Critical Race Theory als dem theoretischen Unter- oder Überbau der Bewegung zu sprechen, beziehungsweise sich selber als Anti-Racist zu bezeichnen. Das ist, wenn ich das richtig sehe im Moment, der gängige Begriff Anti-Rassismus oder Anti-Racism. Das heißt, hier handelt es ich heute überhaupt nicht mehr oder nur noch ganz am Rande um eine Selbstbezeichnung. Und man muss also immer aufpassen, dass man nicht zu viel in diese Begriffe hineinliest, weil sie eigentlich inzwischen von denjenigen verwendet werden, die damit andere Gruppen pejorativ ausgrenzen wollen. Und das, wie gesagt, macht die Analyse immer etwas schwierig. Dennoch macht es meiner Meinung nach durchaus Sinn, den Aspekt des Erwachens und vor allem der Wachsamkeit in diesen beiden dezentralen und von Ad-Hoc-Koalitionen geprägten Bewegungen näher zu untersuchen und herauszuarbeiten, wo die historischen und teilweise auch die theoretischen Grundlagen auch der Gemeinsamkeit von Wachheit, Wachsamkeit gegenüber anderen als schlafend empfundenen Bewegungen gesehen werden. In der Wokeless ist das vor allen Dingen Wachsamkeit, Wachheit, Achtsamkeit, ein ganz zentraler Begriff gegenüber allen als privilegiert empfundenen gesellschaftlichen Akteuren, Gegebenheiten und Weltanschauungen mit einer ganz spezifischen Form auch einer Forderung nach Partizipation, Egalität, Diversität und Identität. Auch das Schlüsselbegriffe, die in den verschiedenen Bewegungen, die man unter Wokeless zusammenfasst, immer wieder auftauchen. Ähnliche Schlüsselbegriffe finden Sie im Evangelikalismus auch. Da geht es tatsächlich um den Anruf von außen, den Anruf von oben, das Erweckungserlebnis, die Umkehr und dann sozusagen das aktive Handeln in der Bewegung. Ich werde in der Folge mich zuerst den Evangelikalen in ihrer besonderen nordamerikanischen Ausprägung historisch und gesellschaftlich zuwenden, um mich dann dem historischen Kontext der Wokeness und der Art und Weise, wie bestimmte Begriffe in diesen historischen Kontexten entstanden sind, zuzuwenden. Dabei wird es vor allen Dingen auch um das jeweilige Verhältnis zu Moderne und Aufklärung gehen und um die Frage, inwieweit man etwa die Wokeness, das ist eine Debatte, die inzwischen viel geführt wird, als Religion bezeichnen kann, womit sie natürlich noch viel enger an die Erweckungsbewegungen im protestantischen Christentum herangeführt würden. Ich werde die Frage der Blue Pilt und Red Pilt in den Verschwörungstheorien auslassen, weil ich auch nicht möchte, dass die jetzt zu eng an die Evangelikalen herangerückt werden. Also es gibt Evangelikale, die Verschwörungstheorien anhängen, aber der Evangelikalismus hat eine ganz andere Geschichte als QAnon und andere. Ich blende auch katholische Erweckungsbewegungen bewusst aus, weil die eben eine völlig andere Struktur haben, etwa der Ultramontanismus des 19. Jahrhunderts, sondern mir wird es um protestantische, überwiegend kalvinistische Evangelikale und ihre Geschichte gehen. Also beginnen wir mit den US-amerikanischen Erweckungsbewegungen. Und dabei ist eines wichtig, diese Bewegungen haben immer Wellencharakter angenommen. Und das ist, glaube ich, interessant, wenn man die Wokeness mit den Evangelikalen vergleicht, inwieweit findet man dort vielleicht auf die Dauer ähnliche Formen der Wellenbewegung. Die erste Erweckungsbewegung fand um 1740 statt. Genau genommen handelte es sich um eine nicht koordinierte Ansammlung mehrerer Erweckungsbewegungen. Danach zwischen 1790 und 1850 die sogenannte zweite Erweckungsbewegung. Zwischen 1880 und 1930 eine dritte. Seit den 1960er Jahren bis in die 2000er Jahre hinein eine vierte Erweckungsbewegung. Parallel dazu seit 1906 die sogenannte Pfingstchristliche Erweckungsbewegung, die gewissermaßen separat von den evangelikalen Erweckungsbewegungen gelaufen ist. Das ist insofern wichtig, weil es zeigt, dass diese Erweckungsbewegungen immer nur zeitweise in der amerikanischen Geschichte eine prägende Rolle gespielt haben. Sie sind unter ganz bestimmten Umständen entstanden. Sie haben dann einen gewissen Höhepunkt erlebt und danach flauten sie wieder ab. Weil sie dann auch in eine Art Institutionalisierungsphase übergegangen sind. Es begann immer mit einem enthusiastischen Aufbruch. Und diese enthusiastischen Aufbrüche, die gekennzeichnet waren von fiebriger Leidenschaft, der Erwartungen der Endzeit, diese ließen sich nur ganz schwer in Formen institutionalisierten Christentums übersetzen. Davon profitierten die Erweckungsbewegungen in den USA davon, dass erst 1920 mehr als die Hälfte der Amerikaner Angehörige einer institutionalisierten Kirche waren. Man war Christ oder Christin, aber man war nicht notwendig in einer Kirche, sondern lebte als sozusagen religiöser Mensch neben den Kirchen her. Und das war immer die Gruppe, auf die die Evangelikalen zugegangen sind. Und eine der wichtigsten Elemente des Evangelikalen war sozusagen der antielitäre Kampf gegen institutionelle Hierarchien. Das ist etwas, was evangelikales Denken bis heute ausmacht. Das hat einen sehr stark partizipativ-egalitären Ansatz, in dem man sich abgrenzt von orthodoxen Kirchlichkeiten, in denen Hierarchien, Bischöfe, Priester und andere Kleriker eine Rolle spielen, sondern es geht um Geistliche, die in einem Berufungserlebnis erst einmal selber erwachen, ehe sie andere aufwecken. Und zwar aus dem vorhandenen Raum des Christentums heraus in die besondere Frömmigkeit der von der Erweckung tatsächlich Betroffenen. Dahinter steckte schon in der Kolonialzeit eine mangelnde Bindung an die anglikanische Staatskirche, aber auch an die kongregationalistische Staatskirche in Massachusetts und Connecticut, sondern eher der Primat einer unsichtbaren Geistkirche gegenüber den sichtbaren Kirchen. Das, was man im Amerikanischen als Denominationalismus bezeichnet, Denominationalism, jede dieser Religionsgemeinschaften steht im Grunde als Bestandteil der integrativen Geistkirche, die hinter den realen Erscheinungen steht. Dem Erwachen kommt dabei in der Erweckungsfrömmigkeit eine doppelte Stoßrichtung zu. Einmal nach innen, in den personalen Bereich. Hier geht es um die unmittelbare, unverstellte und im Grunde nicht übersetzte Begegnung mit Christus als persönlichem Herrn und persönlichen Erlöser. Diese Begegnung hat auf vielfache Weise geschehen. Das berühmte Umkehrerlebnis, man wird sozusagen wie Lutherweilern fast vom Blitz getroffen und dann dreht man um, kehrt um und ist erweckt. Oder aber man liest ein Wort der Heiligen Schrift, das ist für Evangelikale sehr wichtig. Man wird im Herzen des einzelnen Gläubigen unmittelbar vom Heiligen Geist angesprochen. Das wiederum ist für Pfingstchristen das Entscheidende. Das heißt, es ist immer das Gefühl und dieses Gefühl ist gewissermaßen Garant der Wahrheit. Das innere Gefühl garantiert mir, dass diese Bewährung echt ist, dass diese Umkehr echt ist und die Begegnung, die hinter der Umkehr steckt, ebenfalls echt ist. Aus der Begegnung und der Bekehrung und der Erweckung, der Umkehr resultiert dann eine enthusiastische Erfahrungsfrömmigkeit. Man weiß ja, dass Gott existiert. Man weiß, dass Christus für einen da ist und deswegen ist man getrieben, das auch in sein tägliches Leben umzusetzen. Man ist ergriffen durch den transzendenten Gott und das transzendenten Göttliche und übermittelt diese Ergriffenheit in die Immanenz der Welt. Dabei geht es um ein unbedingtes Vertrauen darauf, dass Gott in der Welt wirkt. Hier ist eine der zentralen Sollbruchstellen zum liberalen Christentum und zur liberalen Theologie, in der es ja immer weniger wichtig wird, dass Gott tatsächlich real in der Welt wirkt. Hier hat sich eine Art deistische Grundtendenz allmählich durchgesetzt. Und gegen diese deistische Grundtendenz, die im 18. Jahrhundert in den amerikanischen Eliten sehr stark war, denken Sie an Thomas Jefferson, der sich eine Bibel im wahrsten Wortsinne zurechtgeschnitten hat, aus der er mit der Schere alle Wunder berichte und alle Worte, die er auf ein immanentes göttliches hinwiesen, herausgeschnitten hat. Und was übrig blieb, war eine Art Substrat einer Morallehre. Und das war für ihn das Genuin Christliche. Und gegen diese Art von deistischer, freigeistiger Frömmigkeit setzten nun die Erweckten ihre Form des Wissens darum, Gott greift unmittelbar in die Welt ein und er hält mich in seiner Hand, wortwörtlich. Das heißt, diese Art von Frömmigkeit ist geprägt, und das macht ihren genuin modernen Charakter aus, von einer radikalen Subjektivität. Es geht eben nicht mehr um die Bewahrung einer Tradition, sondern es geht um das unmittelbar ergriffen sein eines Subjektes durch die Lektüre der Schrift oder die Erfahrung des Geistes und damit um die Transzendierung des bisherigen Lebens. Es ist eine pointierte Innerlichkeit, die zum Ausgangspunkt für das Handeln wird. Erwachen hat aber auch eine Funktion nach außen. Es meint nämlich die Kritik an überkommenen Institutionen und ihren Amtsträgern. Fast immer war der Ausgangspunkt von Erweckungsbewegungen der Streit darüber, wer Pfarrstellen im Hinterland westlich der Küste einnehmen sollte. Ob das akademisch ausgebildete Pfarrer sein sollten von den großen amerikanischen Eliteuniversitäten, die aber meistens da gar nicht hinwollten, oder ob es Menschen sein sollten, die, wie gesagt, selber diese Erfahrung gemacht haben und sie nun weitergeben wollten. Ohne akademische Ausbildung. Und was hier zutage tritt, ist nicht nur Kritik an Institutionen, sondern auch Kritik an einer intellektualisierten Frömmigkeit. Das heißt, es geht ganz deutlich um Anti-Intellektualismus und Kritik des Akademischen. Das ist etwas, wenn Sie mit Evangelikalen in den USA bis heute zu tun haben, sehr kennzeichnendes. Man hat tiefe Vorbehalte gegenüber dem Anspruch von akademisch gebildeten Eliten, mir zu sagen, wer Gott ist oder was die Wahrheit ist. Denn die Wahrheit liegt ja in der Erfahrung des Erwachens. Und insofern kann mir von außen niemand sagen, wie diese Wahrheit aussieht. Außer dem Pfarrer, den ich selbst gewählt habe, weil ich durch meine eigene Erfahrung weiß, dass seine Erfahrung stimmt. Dadurch kommt es zu einer Art Abkehr von etablierter Kirchlichkeit, vor allem dem Staatskirchentum, das in den USA auf Einzelstaatenebene durchaus noch bis in die 1830er Jahre existiert hatte, und an überlieferten Dogmen. Vor allem die zweite Erweckungsbewegung war sehr kritisch gegenüber der Dogmatik des Kalvinismus. Das ist in der dritten Erweckungsbewegung dann wieder etwas zurückgenommen worden, aber bestimmte Restbestände der Kritik der zweiten Erweckungsbewegung sind vorhanden geblieben. Es ging insbesondere um eine Abkehr von der traditionellen Gladenlehre und der Vorstellung, die von Augustinus her kam, dass die Menschheit aus einer Massa damnata bestehe, einer verdammten Masse. Und dass nur wenige durch die Prädestination Gottes die Möglichkeit zum Heil erlangen würden. Die Erweckten waren der festen Überzeugung, im Prinzip hat jeder Mensch die Möglichkeit erweckt zu werden. Jeder Mensch hat die Möglichkeit zum Heil zu kommen. Sie vertraten einen Heilsuniversalismus. Aber dieser Heilsuniversalismus zieht notwendig nach sich zu missionieren. Denn wenn alle Menschen zum Heil gelangen können, muss ich auch alle Menschen zum Heil führen. Ich muss sie erwecken, im wahrsten Sinne des Wortes. Das heißt, ich werde zur Stimme des Herrn, der mich ausgesandt hat, dieses Werk zu tun. Es kommt aber auch die Forderung zur Einmischung in die Welt. Und das unterscheidet amerikanische Evangelikale von den Stillen im Lande, in Deutschland. Die erste Erweckungsbewegung etwa bereitete, ohne dass sie Partei nahm, die amerikanische Revolution durch ihre Aufforderung zur Subjektivität, zum Bruch mit der Tradition und zum Bruch mit der eigenen Familie mit vor. Das heißt, sie verlangte die individuelle Gewissensentscheidung. Ich konnte nicht mehr sagen, meine Kirche sagt mir dieses und jenes, sondern ich selber musste es fühlen, ich selber musste es erleben. Und dann musste ich mich auch gegen meine Eltern stellen, um wahlweise mich der Revolution anzuschließen oder der Monarchie treu zu bleiben. Die zweite Erweckungsbewegung, vor allen Dingen im neuenglischen Nordosten, war sehr eng mit liberaler und aufgeklärter Philanthropie verbunden, zu einer Art Reformallianz, die das 19. Jahrhundert in den USA ganz stark geprägt hat. Das wird all diejenigen, die heute Evangelikale für ultrakonservative halten, was sie meistens heute auch sind, überraschend. Aber im 19. Jahrhundert waren die Evangelikalen liberal. Sie standen für den Kampf gegen die Sklaverei im radikalen Abolitionismus, für den Kampf gegen Alkohol in der radikalen Temperenz- und Abstinenzbewegung, für den Kampf um die Sabbat-Observanz, aber auch um die Justizreform, im Kampf gegen die Todesstrafe, auch das überraschend, wenn man heutige Evangelikale kennt. Und sie waren mit federführend daran beteiligt, die amerikanische Frauenbewegung ins Leben zu rufen. Warum? Weil die Wachsamkeit nach außen die Heiligung des Landes erforderte. Man musste den Boden bereiten, führt ein heiliges Land, in das Christus, der Herr wiederkommen konnte, denn es war eine apokalyptische Bewegung und dafür musste man das Land von der Sünde und den Sündern reinigen. Und wenn die Sklavenhalter Sünder sind, muss man das Land von ihnen reinigen. Um 1860 kam dann der Satz auf, wir müssen das heilige Land mit dem Blut der Sünder reinigen. Das hat nicht unmaßgeblich zu den Vorstellungen des amerikanischen Bürgerkrieges beigetragen. Durch ihren aktiven Einsatz nach außen, die Wachheit nach außen, akzeptierten die Erweckten gegen die Vorbehalte, die traditionale Religiosität anmeldete, vorbehaltlos den modernen Nationalstaat, vor allem in seiner amerikanischen demokratischen Variante, und sie akzeptierten nicht minder vorbehaltlos gegen traditionale Religiosität den Marktkapitalismus, indem sie die Konzepte von Armen und Armut umdeuteten. Armut war jetzt nichts mehr gottgewolltes, sondern der eigene Fehler. Und die Armen, vor allem die undeserving poor, die mit den Faulen gleichgesetzt wurden, waren diejenigen, die sozusagen weiterschliefen. Nur die deserving poor hatten Hilfe verdient. Heute hat sich das dahingehend gewandelt, dass unter den undeserving poor sehr oft Schwarze verstanden werden. Die ganze Polemik von Donald Trump gegen die verkommenen und verrotteten Innenstädte, das geht im Grunde los mit Ronald Reagan und seinem Kampf gegen die Welfare Queens, die zielt auf diesen Grundbestand evangelikalen Denkens, dass die undeserving poor Hilfe nicht verdient haben, sondern nur die deserving poor. Es gibt dementsprechend keine Armutsbewegung unter den Evangelikalen und keine Befreiungstheologie, etwa im katholischen Verständnis. Gleichzeitig setzen sie auf Charity und gegen den Welfare State. Nicht der Staat hat die Aufgabe, die deserving poor zu betreuen und ihnen zu helfen, sondern die Religionsgemeinschaften. Das hat der bereits genannte George W. Bush sehr intensiv betrieben, indem er das sozusagen gesetzlich regeln wollte, den Welfare State abzuschaffen und die Gelder des Staates an die Religionsgemeinschaften zu tunneln. Das hat der Supreme Court verboten, weil es gegen das First Amendment, die Trennung von Staat und Kirche, sprechen würde. Ansonsten handelt es sich bei den politischen Vorstellungen der Evangelikalen gerade nicht um einen Verstoß gegen das First Amendment. Das First Amendment kennt nur die Trennung von Staat und Kirche, nicht die Trennung von Politik, Gesellschaft und Religion. Und genau darauf beharren die Evangelikalen. Aufgrund ihrer parochialen Institutionalisierungsform sind sie sogar im Grunde nicht fähig, eine Staatskirche auszurichten, weil ja jeder Pfarrer sich selbst erkennt. Das ist wie im ethischen Sozialismus, da erkennt sich der Führer selbst und hier erkennt sich der Pfarrer selbst als von Gott Berufenen und es bilden sich praktisch keine übergeordneten Strukturen, keine übergeordneten Kirchenstrukturen aus, weil jede Gruppe und jedes Individuum für sich erwacht und wach bleibt. Also das ist tatsächlich etwas, was man immer vergisst, wenn man über die amerikanischen Evangelikalen spricht. Was ihr eigentliches Ziel ist, ist eine Art theonomer Staat, in dem Gott durch seine unmittelbare Lenkung der Erwachten die Prinzipien vorgibt, nach denen der Staat zu führen ist, auf der Grundlage der amerikanischen Verfassung. Das Gros der Evangelikalen will die amerikanische Verfassung in keiner Weise abschaffen. Sie sind eigentlich unbedingte Befürworter der Demokratie mit egalitären Denkmustern und partizipativen Praktiken, allerdings, und das ist die große Einschränkung, derjenigen, die erwacht sind. Die Rechte der anderen sind, ja, die müssen erstmal definiert werden, aber die sind problematischer, weil eigentlich nur die Erwachten in der Lage sind, nachzuvollziehen, was Gott von den USA will. Auch das ist ganz wichtig. Für die Evangelikalen stehen die USA letztlich im Zentrum der Heilsereignisse der Endzeit, nicht Israel. Und die USA müssen heilig sein, nicht der Rest. Deswegen, bei aller Missionarität, ist das normalerweise nicht mit einer aggressiven Außenpolitik verbunden, ganz im Gegenteil. Es geht um eine Konzentration nach innen, um die Heiligkeit des neuen heiligen Landes, des neuen Kanaan, des neuen Israel, herzustellen. Das doppelte Erwachen nach innen und außen führt entsprechend zu einer doppelten Wachsamkeit. Nach innen durch Selbstkontrolle, beharren auf Moralität und Tugend. Tugend ist ein absolut wichtiger Begriff, die durchgesetzt werden in sogenannten Moral Crusades. In den USA hat Crusade eine komplett andere Bedeutung als bei uns. Crusade ist nicht negativ konnotiert, sondern etwas Positives. Und eine Moral Crusade ist die Durchsetzung der Tugend im Heiligen Land. Ein Konzept, das aus der Aufklärung stammt. Auch in der Aufklärung waren Tugend, Eigentum und Freiheit weitgehend identisch. Nach außen geht es um eine Wachsamkeit mit Blick auf den Beginn der Apokalypse. Ich weiß nicht, wer von Ihnen einmal die Buchreihe Left Behind gesehen hat oder gelesen hat oder die Filme, die daraus entstanden sind. Man schaut nach den Zeichen, den Zeichen der Zeit, wenn man so will, ist die Endzeit schon gekommen? Wie nah steht die Tribulation, die Zeit der Bewährung, bevor? Wann beginnt die Gewalt? Die Denkvorstellung ist, die Endzeit wird im Wesentlichen durch einen Krieg geprägt, zwischen Gut und Böse. Und wer auf der richtigen Seite steht, kann am Ende gerettet werden. Deswegen muss man aufpassen, dass man auch auf der richtigen Seite steht. Und sehr wichtig für diese Gruppe ist es dann, auch sich zu überlegen, welche Rolle die USA jetzt genau in diesen endzeitlichen Ereignissen spielen. Denn in der Bibel stehen sie ja nicht drin, was ein großes Problem für viele amerikanische Evangelikale ist. Warum stehen die USA nicht in der Apokalypse, wenn die entscheidenden Ereignisse sich dort vollziehen? Das Problem ist, dass seit dem Zusammenbruch der liberal-evangelikalen Reformkoalition die amerikanischen Evangelikalen sich der Gefahr der Selbstsäkularisierung und des Transzendenzverlustes ausgesetzt haben, indem sie sich sehr einseitig politisch organisieren und auch politisch verstehen. Das ist um 2005, 2007 nach der Wahl von George W. Bush vielen amerikanischen Evangelikalen klar geworden. sie waren zwar für Bush, aber sie hatten den Eindruck, das ist eigentlich nicht das, was wir wollen. Und Bush macht das nicht richtig. Aber wir wissen auch nicht genau, was wir wollen. Und es beginnt genau um diese Zeit, um 2007 kann man das erstmals in Umfragen nachweisen, ein allmählicher Zusammenbruch, fast eine Art Kollaps der Evangelikalen, die sehr scharf an Mitgliedern verlieren, abgesehen von ihren klassischen Residualzonen im amerikanischen Süden und im amerikanischen Mittelwesten, aber die vor allem in den Großstädten und in der Jugend immer mehr an Zuspruch verlieren, weil sie so politisch geworden sind. Und seit dieser Zeit haben sie auch eine gewisse Anfälligkeit für Verschwörungstheorien, die hatten sie vorher im Wesentlichen gegenüber Katholiken. Also die Vorstellung, dass Katholiken die USA unterwandern, um die Herrschaft des Papstes wurde tatsächlich sehr deutlich gesagt, sie wollen, dass der Papst nach Amerika kommt, um sich zum König zu krönen. Das ist noch 1924 im Präsidentschaftswahlkampf so verkündet worden. In dieser Zeit haben Evangelikale sich im Wesentlichen an diese Verschwörungstheorie gehalten, seitdem sie sich mehr und mehr der Republikanischen Partei, die nun selber das Problem hat, bin ich Partei des Systems oder bin ich Partei gegen das System? Und die Evangelikalen positionieren sich zunehmend auf dem Bereich, wir sind die Partei gegen das System. Und da kommen sie genau mit diesen Gruppen, den sozusagen aus der Matrix stammenden Selbsterlösern, durch Erkenntnis von Verschwörungen kommen sie zusammen. Aber was bei ihnen immer bleibt, ist sozusagen die Vorstellung, dass sie diejenigen sind, die die Interessen und Ziele des einfachen Mannes, des Common Man verteidigen. Gegen liberale Eliten. Früher hätte man gesagt, gegen die Finanzeliten, das war noch in den 1890er Jahren der Fall, aber jetzt sind es die liberalen Eliten und diese liberalen Eliten sieht man in Verbindung mit Anarchisten, Sozialisten und Kommunisten, überhaupt mit Ausländern, die die Freiheit der USA bedrohen, weil eigentlich nur Amerikaner, die in einer bestimmten Form sozusagen erweckt sind, hier die Fähigkeit haben, die amerikanische Demokratie zu verteidigen. Dabei ist interessanterweise, wenn man genau hinsieht, nicht so sehr die Bibel das Ideal, sondern die 1950er Jahre. Was die Evangelikalen wollen, ist die Wiederherstellung der weißen Mittelklasse der 1950er Jahre, solange sie weiße Mittelklassen Evangelikale sind. Es gibt nämlich auch andere Evangelikale, nämlich den schwarzen Evangelikalen der Historically Black Church. Bei denen geht es nicht um Apokalypse, sondern um Befreiung und um Messianität und den Moses Topos. Das heißt, seit die Historically Black Churches im 18. Jahrhundert gegründet worden sind, suchten sie einen Moses, der sie in das gelobte Land der Freiheit führt. Das war erst König Georg III. in seinem Kampf gegen die amerikanischen Sklavenhalter, dann Abraham Lincoln nachvollziehbarerweise und schließlich Martin Luther King. Und hier ist tatsächlich die Idee der Partizipation auf Basis der Verfassung noch wichtiger als bei den weißen Evangelikalen. Anders als die weißen Evangelikalen seit ihrer konservativen Wende halten die schwarzen Evangelikalen in der Mehrheit an universalistischen liberalen Anschauungen fest. Und dadurch unterscheiden sie sich von der Gruppe, auf die ich jetzt zu sprechen komme, nämlich die sogenannte Wokeness. Susan Naiman hat im vergangenen Jahr den Begriff Stay Woke auf das Jahr 1937 zurückgeführt, als der Musiker Led Belly in einem Kommentar zu seinem Song Scottsboro Boys auf die Notwendigkeit hinwies, angesichts der Ungerechtigkeiten und der Brutalitäten im amerikanischen Justiz- und Polizeisystem Woke zu bleiben, wachsam. und achtsam. Das heißt, Wokeness war von Beginn an politisch und auch mit dem Thema Polizeigewalt verknüpft. Und wer die am USA der 1930er Jahre kennt, der weiß, dass Polizeigewalt da ein ganz zentrales Phänomen war. Es gab noch den Third-Degree. Third-Degree-Verhöre waren letztlich nichts anderes als Folter. Und insofern war Polizeigewalt omnipräsent. Im Süden war es insbesondere rassistische Polizeigewalt. Außerhalb des Südens war es Polizeigewalt gegen jeden, der der Polizei nicht passte. Das konnten ethnische Minderheiten sein, obwohl die Polizei, die local law enforcement, sich selber meistens aus ethnischen Minderheiten rekrutierte. Aber das konnten und meint ursprünglich zum einen ganz schlicht, man soll nicht einschlafen. Also tatsächlich wörtlich heißt es schlaf nicht ein. Zum anderen aber auch die Wachsamkeit allerdings gegenüber einem möglichen Seitensprung der Partnerin oder des Partners. Also es hatte sehr stark auch eine sexuelle Konnotation, die dann aber im Laufe der Zeit sich etwas verflüchtigt hat. Aber schon im 19. Jahrhundert haben schwarze Wähler den Begriff Stay Woke in Wahlkämpfen benutzt, um für die Republikanische Partei, die damals ja noch eine liberale Partei war, und die Partei der Schwarzen, um für die Republikanische Partei auf politisch aufzurufen und zur Wachsamkeit gegenüber der revisionistischen Politik der konservativen Südstaatendemokraten aufzurufen. Um etwa 1960 drang der Begriff dann über die Beatniks, eine eher literarisch-künstlerische Gruppe der 1950er Jahre, in die breitere Gesellschaft ein, blieb aber vor allen Dingen in der Black Community präsent und blieb auch dort ein eher allgemein gehaltener Aufruf zu Wachsamkeit und Achtsamkeit. Neben diesem rein säkularen Strang findet sich allerdings auch ein durchaus religiös aufgeladener Wortgebrauch von Wokeness und Awakening. Im Jahr 1923 hatte der jamaikanische in den USA lebende Aktivist Marcus Garvey, der Gründer der United Negro Improvement Association und Anhänger des radikalen Pan-Ethiopismus dazu aufgerufen oder war mit dem Schlachtruf ins Feld gezogen Awake Ethiopia. Dahinter stand eine Vorstellung, dass schwarze Identität im Wesentlichen von den afrikanischen Wurzeln abhängen würde, dass es tatsächlich die Aufgabe der amerikanischen Schwarzen sei, nach Afrika und dort vor allem nach Äthiopien zurückzugehen, wo der Negus Negusi, also der Kaiser von Äthiopien, als Nachfolger Salomos die Kontinuität von Altem und Neuem Testament repräsentieren würde und eine Form von Christentum, die vorgängig sei zum weißen Christentum der amerikanischen Mittelklassen. Damit knüpfte er einerseits an die semantischen Traditionen des Erweckungskristentums in den Historically Black Churches an, aber mit einer spezifischen Konzentration auf die davidisch-salomonische auf den davidisch-salomonischen Gründungsmythos der äthiopischen Herrscherdynastie in Verbindung mit der Königin von Saba und der äthiopischen Erzählung, dass der Negus Negusi gewissermaßen der Herr über die verschollene Bundeslade sei, also das spielt auch in diesem Kontext eine wichtige Rolle. Daraus entwickelten sich panafrikanische orthodoxe Kirchen, die vor allem im britischen Kolonialreich in Kenia, Uganda und Südafrika sich ausbreiteten, aber auch in den USA im Umfeld der UNIA. Andererseits wurde dieses Konzept, weil die UNIA zum radikalen, partikularistischen Flügel der amerikanischen schwarzen Bewegung zählte, sickerte das Konzept dann, also Wokeness und stay woke, in den anti-universalistischen, anti-integrationistischen, anti-liberal-universalistischen Flügel der schwarzen Bürgerrechtsbewegung in den USA ein. Dazu muss man wissen, dass vom Beginn des 20. Jahrhunderts an diese Bewegung in zwei Flügel zerfallen war, einen der tatsächlich eher auf Integration und Universalismus abhob, die bekannteste Figur ist sicherlich Martin Luther King und auf der anderen Seite die identitär partikularistischen Gruppen, die dann vor allen Dingen in den 1960er Jahren einen immer höheren Stellenwert bekamen, man denke an die Black Panther Party, Black Power, Black Nationalism, das sind Gruppen, wenn man ganz auf den radikalen Flügel geht in die Nation of Islam, die sogar mit dem Ku Klux Klan zusammengearbeitet haben, um die Rassensegregation aufrecht zu erhalten, weil man auf keinen Fall mit Weißen irgendwie zusammen sein wollte. Es gab auch sozusagen Brückenfiguren, die mal mehr und mal weniger radikal waren, ich denke vor allem an Webby Boys oder die Künstler der Harlem Renaissance, die sozusagen den intellektuell künstlerischen Flügel ansprachen und hier den New Negro propagierten, der gleichermaßen bewusst ethnisch seine Ethnizität leben sollte, aber eben auch auf Augenhöhe mit weißen Künstlern und Schriftstellern agieren sollte. Diese binäre Spaltung in der amerikanischen schwarzen Bürgerrechtsbewegung zeigte dann Folgen, bis etwa in die 1960er Jahre kam es zu einem Vorherrschen der liberalen Universalisten, man denke an die Legal Strategy, der National Association for the Advancement of Colored People mit Thurgood Marshall oder den gewaltlosen Widerstand der Southern Christian Leadership Conference um Martin Luther King und hier waren immer die Historically Black Churches ganz zentral mitbeteiligt. Zusammen mit den schwarzen Gewerkschaften bildeten sie das Rückgrat dieser Bewegung. Seit den 1960er Jahren allerdings rückte der partikularistische Flügel stärker in den Vordergrund. Der Grund lag darin, dass man im Süden die Interessen der Schwarzen relativ klar definieren und mit relativ überschaubaren Mitteln durchsetzen konnte. Wenn man aber im Norden unterwegs war, stieß man auf das, was in der Wokeness-Bewegung gerne als struktureller Rassismus bezeichnet wird. Versuchen Sie einmal als schwarzes bürgerliches Ehepaar eine Wohnung in einer weißen Suburb zu bekommen. Und Sie werden feststellen, dass selbst Ihre liberalen Nachbarn sehr schnell ihren Liberalismus vergessen. Aus einem ganz einfachen Grund die Preise für die Häuser sinken, wenn ein schwarzes Ehepaar nebenan einzieht. Und da in den Häusern meistens die Alterssicherung dieser bürgerlichen Ehepaare ist, haben Sie eine ausgesprochen Aversion, dass diese Preise sinken. Und entsprechend wehrt man sich dann gegen den Zuzug von Schwarzen. Das ist jetzt nicht der Rassismus eines Bull O'Connor in Birmingham, der Bluthunde auf schwarze Schülerinnen losgelassen hat, um Demonstrationen niederzuknüppeln. Das ist eine Form von Rassismus, die viel versteckter ist. Und diese Erfahrung hat vor allen Dingen die Schwarzen im Norden, in den Ghettos der Großstädte dazu gebracht, ein anderes Bewusstsein für den Kampf, um ihre Bürgerrechte zu entwickeln, als das im Süden unter der Führung der Historically Black Churches der Fall gewesen war. Die Schwarzen in den Ghettos verstanden sich zunehmend, auch in der Rezeption von Dekolonisierungsideen, etwa bei Franz Fernand oder Che Guevara, Mao Zedong, die wurden alle gelesen, verstanden sich zunehmend als eine vom weißen Kolonialismus unterdrückte eigenständige Ethnie mit dem Recht auf Widerstand. Und hier bildete Wokeness gegenüber der Polizeigewalt, also der kolonialistischen Unterdrückung durch weiße Polizisten, die zudem in vielen amerikanischen Städten ethnisch, oft irisch-katholisch waren und einen ganz stark antischwarzen und auch antisemitischen Rassismus ausgeprägt hatten. Hier verstand man sich als die Gruppe, die gegen diese kolonialistische Polizei und gegen diese kolonialistische Unterdrückung gerechtfertigt und wachsam war. Das hieß nicht notwendig Gewalt, diese Gruppen waren viel weniger gewaltaffin, als das FBI das etwa geglaubt hat, aber es war sehr wichtig, dass man dieses Konzept entwickelte. Mit dem Niedergang des Marxismus kam es dann seit den 1980er Jahren zur Hinwendung zu postmoderner und postkolonialer Theoriebildung, allerdings aufgrund der gegebenen gesellschaftlichen Umstände unter Verzicht auf das spielerisch Ironische, das man im französischen Postmodernismus vielfach fand, sondern man nutzte eher so Elemente wie strategischen Essentialismus, um die eigenen Interessen auch revolutionär definieren zu können. Versuchen Sie einmal mit Derrida eine aktivistische Demonstration ins Leben zu rufen, das ist schwer, sondern man musste das sozusagen essentialisieren, um die eigenen Probleme in den Blick zu bekommen. Das Ganze explodierte dann mit dem Mord an Michael Brown durch amerikanische Polizisten, was mit einem Schlag des Black Lives Matter Movement mit dem Schlagwort Stay Woke in den Vordergrund gerufen hat, das war 2014. Dahinter steckte auch ein gehöriges Maß an Frustration über die Obama-Administration. Man hatte sich in der Black Community sehr viel von Obama versprochen, aber je länger er regierte, umso weniger hatte man den Eindruck, dass er einen wirklich weiterbringt und viele haben gesagt, wir verstehen ihn nicht, wovon redet der Mann? Der ist elitär, er ist akademisch, er ist abgehoben und er ist nicht richtig schwarz, weil er Sohn einer weißen Mutter war und von einer weißen Großmutter erzogen worden war. Also gab es hier erhebliche Vorbehalte und erhebliche Frustration gegenüber Obama. Und in diesem Kontext wiederum dehnte vor allem der innere Zirkel von Black Lives Matter die Vorstellung von Vokeness auf andere Momente akademischer Theoriebildung aus und verknüpfte sie mit dem Aktivismus von LGBTQIA Gruppen mit sozialen Gerechtigkeitsidealen und eben dem Ideal schwarzer Bürgerrechte. Und dies wiederum führte zu einer Umdeutung von Wokeness in eine Richtung, wo es mehr um Achtsamkeit oder mindestens so viel um Achtsamkeit wie um Wachsamkeit ging. Es ging nicht mehr nur darum, auf die Polizei Acht zu haben, wie das die Black Panther Party gemacht hatte, sondern es ging darum, eine Begrifflichkeit und einen Umgang miteinander zu entwickeln, der achtsam war. Ob das immer in der Realität wirklich so achtsam war, ist sehr umstritten, auch innerhalb der Gruppe. Das Interessante ist, dass wir ähnlich wie im evangelikalen Lager hier eine Tendenz zur permanenten Selbstbeobachtung haben und auch zur permanenten Selbstkritik, die ähnlich wie im Kontext der 68er Bewegung dazu führen kann, dass man manchmal nicht so mitmenschlich und achtsam miteinander umgeht. Diese Bewegung sprang nun auch auf das akademische White America über und um 2020 kam es zu einer intensiven Verknüpfung all dieser verschiedenen Stränge unter dem Schlagwort der Wokeness. Parallel dazu entwickelte sich die konservative und populistische Kritik an Wokeness, Cancel Culture, wie man das nannte, aber auch an einzelnen Forderungen wie etwa dem Defund the Police, dass man die Polizei entweder ganz abschaffen sollte oder ihr die Mittelradikal zusammenstreichen sollte, das war selbst in Bereichen, sagen wir mal, der aus dem Martin Luther King Umfeld stammenden Schwarzen Bürgerrechtsbewegungen zu viel. Und die dann sagten, das sind nicht unsere Probleme und daher kommt dieser ganze Topos, kümmert ihr euch eigentlich um die Gewalt, die Schwarze gegen Schwarze anwenden. Als ich in Chicago gelebt habe 1992 zählte man nicht mehr die Toten, die auf der Straße erschossen worden sind, die erwachsenen Toten, sondern nur noch die Kinder und das waren im September 1993, wenn ich mich recht erinnere, 75 und die waren hauptsächlich von schwarzen Männern erschossen worden. Und das ist tatsächlich eine Debatte, die dann unter dem Stichwort Whataboutism oft beiseite geschoben wird, die aber durchaus einen realen Hintergrund hatte. Und vor dem Hintergrund dieser Kritik kam es dann zunehmend zur Kritik am Konzept der Wokeness. Eine der Kritiken bezog sich vor allen Dingen darauf, Wokeness, und dann kommen wir sozusagen zur Verbindung mit den Evangelikalen, Wokeness sei eine Religion. Besonders John McWhorter, ein schwarzer Literaturwissenschaftler, Sprachwissenschaftler, hat dies als Vorwurf erhoben, ebenso der weiße Publizist James Lindsay. Lindsay geht sogar einen Schritt weiter und sagt, es ist eine Religion, was McWhorter aussagt. John McWhorter sagt nicht, es ist wie eine Religion, sondern es ist eine Religion. Und Lindsay sagt, und die soziale Gerechtigkeit ist der weltimmanente Gott dieser Bewegung. Die Zeitschrift The Economist sprach sogar von The Great Awakening, was ein etwas eigentümlicher Begriff ist, aber was deutlich zeigt, dass hier diese Ähnlichkeiten, diese strukturellen Ähnlichkeiten zur Religion immer wieder auffällig waren und sie wurden eben genutzt als kritisches Moment, in dem man sagte, das ist Gegenaufklärung. Also das Konzept, wir sagen, das ist Religion und in dem es Religion ist, ist es Gegenaufklärung. Dagegen hat etwa Chloé Vedery darauf hingewiesen, dass die Wokeness eigentlich sozusagen eine spiritualisierte Dimension der Aufklärung bezeichne, nämlich Wachsamkeit und Achtsamkeit im Sinne der Aufklärung, die wachsam und achtsam sein sollte. Denken Sie daran, wie wichtig Höflichkeit im Rahmen der Aufklärung war. Und insofern hat Vedery gesagt, nein, es ist keine Religion, aber es ist spirituell und ist aber in der Tradition der Aufklärung, was wiederum die heftige Kritik von Aufklärungsliberalen wie Susan Neyman nach sich gezogen hat. Ich sehe tatsächlich darin, Wokeness als Religion zu bezeichnen, ein Problem. Vor allen Dingen McWater, aber auch Lindsay hängen stark einem von der Aufklärungskritik bestimmten Bild von Religion an, in dem Religion als Ausdruck geistiger Rückständigkeit, Intoleranz, Antimodernität, permanenter, kognitiver Dissonanz verstanden wird. Und das ist natürlich sozusagen ein a priori gewichtiges Argument zu sagen, Wokeness ist Unsinn, weil es eine Religion ist. Auf der anderen Seite sollte man die an Religion gemahnenden Züge, die zum Teil einfach abgeleitete Oberflächenphänomene sind, dass man eine Art Glaubensbekenntnis hat, der Marxismus auch, damit wird er nicht zur Religion. Aber man sollte zum einen die Schattenseiten der Aufklärung in diesem Konzept nicht völlig ausblenden. Es gibt nicht nur Aufklärungsliberalismus, es hat immer auch den aufgeklärten Absolutismus gegeben, von dem heute vermutlich niemand entzückt wäre, wenn er regieren würde. Man denke an den elitären Charakter der Aufklärung, man denke an die Spaltung zwischen Ordnung und Freiheit. In der brasilianischen Fahne steht bis heute Ordem e Progresso, Ordnung und Fortschritt. Da steht nichts von Freiheit, aber man sagt, das ist das Erbe der Aufklärung. Die Diktatur der Tugend ist nicht nur anti-aufgeklärt, sie kann durchaus aufgeklärt sein. Und denken Sie an die Rolle, die Aufklärer im Sklavenhandel und in dem entstehenden Kolonialismus gespielt haben. Also in dem Moment, wo ich sage, Wokeness ist gegen Aufklärung, verwende ich ein Konzept von Aufklärung, das die Schattenseiten der Aufklärung ausblendet. Und indem ich sage, es ist Religion, verwende ich genau die Kritik dieser Aufklärung an einer Religion, die bereits bestimmt ist vom Weltbild der Aufklärer, die nämlich ganz zentral etwa die intellektuellen Traditionen organisierter Religionen klein geredet haben. Dennoch sollte man sich nicht völlig über, sozusagen diesen Religionsbegriff hinwegsetzen, aber ihn vielleicht ein wenig anders definieren, indem man sich anschaut, ob man nicht von, eher von Neognosis sprechen sollte. Ich stütze mich hier auf den Religionswissenschaftler Karl Prüm, ein Jesuitenpater, der 1972 dazu ein Buch geschrieben hat und der im Wesentlichen zwei Momente herausgearbeitet hat, wenn es um Neognosis geht. Einmal nämlich ein elitäres Denken, die Unterteilung in die Erweckten, die Eingeweihten, die Psychiker, die Pneumatiker, Entschuldigung, und auf der anderen Seite die Masse der Nicht-Erweckten, die Psychiker. Und dieses Phänomen finden wir bei der, in der Wokeness-Bewegung, wir finden es aber auch bei den Erweckten im Evangelikalismus, diese klare Unterscheidung, hier sind die wenigen Auserwählten, dort ist die Masse derjenigen, die nicht begreift, worum es geht. Aber das Wichtige dabei ist, dass im Bereich der Wokeness, und da kann man lange über Was ist Religion diskutieren, dass es aber keinen Weg zur Transzendenz gibt. Das ist eine weltimmanente Selbsterlösung, die hier stattfindet und die man auch als weltimmanente Selbsterlösung analysieren sollte. Damit fällt meiner Meinung nach diese sozusagen aus der aufgeklärten Position stammende Kritik nicht in sich zusammen, aber sie wird relativiert und damit kommen wir vielleicht zu einer Art Versachlichung der Debatte über das, was Wokeness eigentlich ist. Zu dieser Versachlichung mag der Hinweis des schwarzen Historikers, Germartisby, dienen, der darauf hingewiesen hat, dass gerade im konservativen Evangelikalismus es inzwischen eine Strömung gibt, die als Vogue Christianity bezeichnet wird. Und dass hier konservative Evangelikale sich mit dem Kampf gegen den Rassismus beschäftigen. Auch hier hat eine bestimmte Form des Erwachens stattgefunden und der Kreis hat sich einmal gedreht. Vielen Dank, meine Damen und Herren. Ich muss mal schnell schauen, welcher Knopf der richtige ist. Dieser hier. Ganz, ganz großen Dank für das breite Panorama, das Sie gezeichnet haben, historischer Art. Wir lernen daraus vermutlich zunächst, dass je näher man die USA anschaut, desto ferner schauen sie zurück und desto schwieriger wird eigentlich die transatlantische Übersetzung von Konflikten, deren ja auch sehr diverse Ursachen Sie vor uns ausgefaltet haben. Vielleicht beginne ich mit meiner Frage, ich bin sicher, das Publikum hat auch eine ganze Menge Fragen, aber ich würde Sie trotzdem erstmal gerne noch auch einladen zu einigen weiteren Kontextualisierungen. Also wenn Sie vom The Great Awakening am Schluss gesprochen haben, um diese beiden Formen von Wachheit einander anzunähern und damit in gewisser Weise auch eine Vorgabe zu bedienen, die wir Ihnen gemacht haben, Sie haben deutlich gemacht, für Sie lag das eigentlich nicht richtig nah. Dann ist ja umgekehrt deutlich geworden, dass diese beiden Bewegungen unterschiedlich mainstreamfähig sind. Und da würde ich ganz gerne noch einmal ansetzen wollen. Sie sagten ja selbst, dass Evangelikale sich nie als solche bezeichnen oder nicht mehr als solche bezeichnen würden, auch den Begriff des Fundamentalismus ablehnen, sich stattdessen dem konservativen Mainstream zurechnen würden. Sie haben in dem Großessay über die amerikanische Revolution das ja auch mit interessantem Zahlenmaterial nochmal unterführt hat. Und vielleicht können Sie das auch für das Publikum nochmal ausbreiten, das hat mich nämlich frappiert, dass zunächst die Zahlen der tatsächlich bekennenden Christen sehr, sehr niedrig gewesen sind und im Laufe der Geschichte rasant gestiegen. Bin ich hörbar? Ja, gerne. Also tatsächlich, man redet da vom Prozess des Churching in den USA und das ist statistisch immer etwas schwierig nachzuvollziehen, weil damals wie heute keine Religionsstatistik geführt wird, aber man kann es aus Kirchenbüchern und ähnlichen rückerschließen. Um 1770 waren nur zwischen 7 und 23 Prozent der Amerikaner Angehörige einer Religionsgemeinschaft. 7 Prozent im Süden, wo an sich die anglikanische Staatskirche herrschte, an sich hätte da jeder Anglikaner sein müssen, aber es waren nur 7 Prozent und die Anglikaner zählen in der Regel nur diejenigen, die zur Kommunion gehen und das waren halt 7 Prozent. Im Norden in Massachusetts und Connecticut in Hochburgen der Puritaner waren es 23 Prozent, wobei die Puritaner selber das Problem hatten, sie waren ja Oppositionskirche, die durch den Auszug aus der Staatskirche entstanden waren und man brauchte die Conversion Narrative, also das Konversionserlebnis, um überhaupt Puritaner werden zu können. In dem Moment, wo sie Herrschaftsreligion geworden waren, wurde es mit der Conversion Narrative etwas schwierig, weil man halt nur noch ein puritanisches Umfeld hatte und da konnte man ja schlecht eine Conversion erleben, weil das ja bereits das rechtgeleitete Umfeld war. Das heißt, da blieb eigentlich immer eine relativ kleine Minderheit, um dann im Laufe des 19. Jahrhunderts, und das ist das Verdienst der Erweckungsbewegungen, breitet sich gewissermaßen die Institutionalisierung aus, aber ihr Verdienst ist gleichzeitig ihr Selbstmord, denn je institutioneller die Bewegung wurde, umso weniger anziehungskräftig war sie für diejenigen, die Interesse an echter Erweckung hatten, weil sie ja Institution geworden war. Das heißt, man begab sich in eine Zwickmühle und aus der Zwickmühle kommt man eigentlich nie heraus, deswegen diese Wellenbewegung, das geht immer auf und ab, immer auf und ab, in dem Moment, wo man dann sozusagen den Höhepunkt erreicht, hat man sich bereits sein eigenes Grab geschaufelt, was natürlich auch damit zusammenhängt, dass die Apokalypse nicht stattgefunden hat. Und wenn Sie in Ihrem Buch beschreiben, dass inzwischen, also ich hoffe, ich habe mir die Zahl richtig gemerkt, 90 Prozent aller Amerikaner der Gegenwart sich als religiös bezeichnen, also dass es gegenläufig zu den Trends, die wir hier auch in Deutschland beobachten, Kirchen auch dritte, also geradezu eine Zunahme an Religiosität gibt, dann muss man das so verstehen, dass das auch ein Effekt genau dieser Erweckungsbewegungen ist. Einerseits ja, aber das muss in zweierlei Hinsicht relativiert werden. Zum einen ist sozusagen der Zug zur Institutionalisierung und zur institutionalisierten Frömmigkeit hängt auch mit der Zuwanderung von Katholiken zusammen. Also in Rhode Island zum Beispiel, das ist der einzige Staat, wo zeitweise mehr als 50 Prozent der Bevölkerung katholisch waren. Sie haben in Massachusetts, überall wo Großstädte sind, starken Anteil an Katholiken, die sind nun überhaupt nicht erweckt. Also das komplette Gegenteil von Erweckung. Aber da haben Sie eine ausgeprägte, institutionalisierte Religiosität mit festen Strukturen, die durch die Missbrauchskrise und die Einwanderung der Iren, vor allem in die Mittelklasse, auch ein bisschen am Bröseln ist. Dafür ziehen Latinos nach. Im evangelikalen Bereich, dann gibt es natürlich den protestantischen Mainstream, muss man sagen, der erinnert in vielen an unsere liberale Theologie. Die hatten in den 50er Jahren unter dem Zeichen der Neo-Orthodoxie eine Art Vorherrschaft, aber sind seitdem ziemlich zusammengebrochen, weil in Krisensituationen liberale Theologie oft das Problem hat, dass sie keine Antworten gibt, weil ihre optimistische Anthropologie ja dann versagt. Das ist relativ klärglich. Und bei den Evangelikalen ist es auch wieder so, dass sie ihren Höhepunkt um 2000 hatten, diese Endzeiterwartung mit dem Wechsel, mit der Jahrtausendwende. Aber danach stellte sich sehr schnell ein erlarmendes Enthusiasmus ein. Wie gesagt, kam nicht. Und das wiederum führt dazu, dass hier auch die Zahlen relativ schnell sinken. Wir sind heute, also der absolute Höhepunkt an Kirchlichkeit, an Kirchlichkeit in den USA, nicht notwendig an Frömmigkeit, war 1955. Da waren 95%. Um 2000 waren etwa 90% der Amerikaner haben gesagt, wir sind gläubig in irgendeiner Art und Weise. Heute sind es noch 75 bis 78%. Das heißt, da hat es einen deutlichen Verlust gegeben. Und das hängt mit dem Zerfall der Evangelikalen zusammen. Interessanterweise, um diese Statistiken noch etwas weiter zu führen, führt das nicht dazu, dass hier Einfluss auf das Wahlvolk geringer wird. Weil, wenn nur 50% der Bevölkerung wählen, sind auch 19% Evangelikale immer noch eine Macht. Sie haben das ähnlich bei den Mormonen. Das sind 2% der amerikanischen Bevölkerung. Aber die sind eine echte Power. Und auch bei Juden, das sind auch 2% der Bevölkerung. Aber die wählen halt. Und wenn man nicht wählt, hat man auch keine Machtteilhabe. Vielleicht darf ich eine weitere Frage anschließen, die den Punkt, Sie haben das jetzt schon angeschnitten, der Gefahr der Selbstsäkularisierung betrifft. Das ist ja aus Ihrer Darstellung auch deutlich geworden, dass eigentlich säkulare Interessen nicht im Fokus dieser Bewegung stehen. Also da geht es um das Angerufen werden, die Selbstdisziplin, die man sich dann auferlegt, um dem christlichen Tugendideal nachzustreben. Und dann ist der Fokus auf der Apokalypse, aber nicht so sehr auf dem innerweltlichen Geschehen, selbst wenn man davon ausgeht, dass Gott in der Welt handelt. Dann ist das noch nicht mit einem Appell verbunden, selber politisch tätig zu werden. Also das heißt, diese Selbstsäkularisierung, vielleicht können Sie dazu noch was sagen, die hatte jetzt in Ihren Ausführungen, wenn ich es richtig verstanden habe, zwei Abhänge. Einerseits die Institutionalisierung dieser Bewegungen selbst, die Ihnen an Charisma nimmt und dann auch erst mal zu einem Abebben führt, bis dann, das sind immer so 30 Jahre Zyklen, habe ich gesehen, anhand der Daten, die Sie genannt haben, bis dann der Nächste kommt, der offenbar wieder Massen zu bewegen versteht. Also das ist das eine, endogene Dynamiken der, wie soll ich sagen, Sklerotisierung, der Strukturbildung, je nach Perspektive, die dann zum Abflaumen führt. Das andere ist aber tatsächlich das Bündnis mit der Politik. Ja, wobei das Bündnis mit der Politik, das hatte auch die zweite Erweckungsbewegung sogar sehr eng, damals mit den Whigs, die Vorgängerpartei der Republikaner. Und da war eigentlich der Vorteil, dass man sich relativ klar, auch in seinen Reformforderungen von den liberalen Unterschied, mit denen man in der Koalition drin war, weil die Evangelikalen einfach immer in allem radikaler waren. Wo die liberalen Temperenz wollten, wollten die Evangelikalen totale Abstinenz. Bis dahin, dass sie erklärten, Jesus hätte Traubensaft und keinen Wein getrunken. Also da ging es wirklich hart zur Sache. Und wenn es um Abolitionismus, also Aufhebung der Sklaverei ging, wollten die Liberalen das graduell und die Evangelikalen wollten sofort und ohne Entschädigung. Also die, die da politisch aktiv waren. Das heißt, man war politisch aktiv, konnte aber gleichzeitig, das heutige FDP-Problem konnte es gleichzeitig sein eigenes Profil schärfen. In der Koalition mit der Republikanischen Partei ist das schwer, weil da die säkularen Gruppen die Evangelikalen gern mal an Radikalität überholen. Und jetzt sozusagen als die Moderaten darstellen wollen, sie auch nicht. Und sie haben das Problem, dass mit Trump ihre Hauptforderung, die sie alle zusammengehalten hat, nämlich der Kampf gegen Roe versus Wade, das Abtreibungsurteil, dass die Republikaner hier erstmals geliefert haben. Nur dann hat man sich zu Tode gesiegt. Das ist ein ähnliches Problem wie das katholische Milieu in Deutschland in den 50er Jahren. Man hat alles gewonnen unter Adenauer, nur dann hat man keine Ziele mehr, für die man kämpfen kann. Und das ist jetzt tatsächlich das Problem, das die Evangelikalen haben. Das heißt, das, wofür man kämpft, ist jetzt nicht mehr das, was evangelikale Ziele ausmacht, sondern es sind rechtsradikale politische Ziele. Und das ist ein großer Unterschied. Und das, würde ich sagen, bedroht sozusagen die Evangelikalen auch in ihrem Selbstverständnis. Je mehr sie sich hier auf den Trumpismus einlassen, und Trump ist nun wirklich kein religiöser Führer, je mehr sie sich auf den Trumpismus einlassen, umso mehr ziehen sie sich die Schlinge zu, die sie sich selber um den Hals gelegt haben. Also vielleicht, ich würde dann auch ins Publikum öffnen, aber die Frage doch noch loswerden wollen, damit der Begriff des Woken jetzt auch nicht ins Hintertreffen gerät. Da fand ich interessant, dass sie mit Susan Neiman und über sie hinaus noch einmal auf die Urszene 1937 verwiesen haben und auf die Losung Stay Woke, die ja was ganz anderes impliziert, als das Erwecktwerden durch eine Stimme von oben. Also das heißt, dieses Stay Woke ist ein Appell an sich selbst, Aufmerksamkeit nicht schwächer werden zu lassen, angesichts von Gewalterfahrungen, die notorisch bleiben. Also das heißt, das ist eine extrem innerweltliche Angelegenheit. Und sie betrifft eine ganz bestimmte Gruppe, das sind die Schwarzen. An sich geht der Satz ja auch weiter. Also jetzt nicht damals bei Lead Belly, aber heute, beziehungsweise in den 2010er Jahren, Stay Woke and Vote. Also das ist der eigentliche Hintergrund, sei wachsam und geh wählen. Und das ist nun tatsächlich völlig innerweltlich. Aber durch die Verbindung mit anderen, auch Theorie-Elementen, kommt dann das, was ich als Neogenosis bezeichnet habe, hinzu. Also das wird tatsächlich immer auch in dem Stil dessen, wie da geschrieben wird. Bekommt deutlich spirituelle Untertöne, aber eben weltimmanente Spiritualität, wenn man so will. Und auch ein sehr elitärer und antihistorischer Charakter. Also ich denke an Ibrahim X. Kendi, der schreibt eine Geschichte, die aber völlig dekontextualisiert ist von den sozialen, kulturellen, politischen Umständen, in denen sich die jeweiligen Ereignisse abspielten. Und da scheint mir schon diese Überlegung, zumindest einmal eines Nachdenkens wert, ob man da nicht neogenostische Elemente, denn die alte Genosse war natürlich auch eine Bewegung, die auf Transzendenz zielte. Aber hier haben Sie, und ich habe immer Probleme als Theologe damit, etwas rein weltimmanentes als Religion zu betrachten. So oder so stellt sich die Frage, welche Bündnispartner Sie finden können, um einfach so mächtige Allianzen zu bilden, dass das Ganze auch tatsächlich politisch wirksam wird. Das haben Sie ja dargestellt, dass dieser Schulterschluss mit den Eliten, da fand ich jetzt interessant, dass Sie sagten, die Obama-Jahre waren aus der Perspektive der Schwarzen Bewegung eine Enttäuschung. Das steht in einem gewissen Kontrast zu der Inszenierung, die man sieht im Museum of African American History in Washington, das einerseits eindrucksvoll ist, weil es ein so diverses Publikum hat, wie man das, glaube ich, in wenigen Museen auf dem Globus überhaupt sehen kann. Und dieses Museum ist ganz auf die Wahl Obamas zukonstruiert. Man geht also aus der Tiefe ins Licht und kommt oben mit den Obama-Jahren an. Und wenn man das jetzt besucht, ist das natürlich auch etwas, was man nur melancholisch betrachten kann. Aber angesichts der Tatsache, dass das ja eine kalkulierte Inszenierung auch in dem Museum ist, würde ich da gerne nochmal nachfragen, ob sich da, also wie sich das verhält zu einer Wahrnehmung letztlich der Obama-Erfolge durch die, auch Black Lives Matter Bewegung der 2000er Jahre. Ja, tatsächlich, also das Museum, dahinter steckt Lonnie Bunch. Lonnie Bunch ist ein großer Obama-Fan. Also das kann man nicht anders sagen. Das sind Schwarze, die einfach der demokratischen Partei sehr, sehr nahe stehen und die auch ein entsprechendes Geschichtsbild, das ja nicht falsch ist. Also das würde ich jetzt nie in Zweifel stellen wollen. Aber es hat immer Gruppen in der Schwarzen Bürgerrechtsbewegung am radikalen Flügel gegeben, die auch mit dem ganzen Habitus von Obama nicht einverstanden waren. Auch mit der Inszenierung, was Obama sehr deutlich immer gemacht hat, die Inszenierung seines Körpers als rassisch gemischter Körper und damit Symbol der amerikanischen ethnischen Einheit. Das verbindet sich mit Debatten in den Obama-Jahren um eine post-racial und post-ethnic society, David Hollinger und andere. Und das hat diese Gruppen enorm aufgeregt. Also das ist der Punkt, wo die sagen, nein, wenn ihr von post-racial oder von colorblind society redet, dann übertüncht ihr nur die Probleme, die immer noch da sind. Und deswegen war Ferguson geschieht mitten in den Obama-Jahren und deswegen war das so frustrierend. Und deswegen hat Black Lives Matter in diesen Kreisen auch so einen unglaublichen Zulauf bekommen, was nun nicht heißt, dass alle Schwarzen in den USA mit Black Lives Matter einverstanden wären. Also eine Doktorandin aus Amerika-Instituts war in Detroit und die hat dort mitbekommen, dass es ziemliche Spannungen zwischen der Black Community in Detroit auf der einen Seite und den Aktivistinnen von Black Lives Matter gegeben hat. Und das hängt zusammen mit solchen Sachen wie Defund the Police. Wenn ich sage, die ganze Polizei muss entweder total reformiert oder entlassen werden, das gesamte Gefängnissystem muss umgekrempelt werden, daran ist ja was richtiges. Also wer die amerikanischen Gefängnisse und die amerikanische Polizei kennt, weiß, dass das problematisch ist. Aber die sagen dann, also die Black Community vor Ort sagt dann auch, ja aber bitte, wir werden erschossen, wenn keine Polizei da ist. Und wir werden nicht notwendig von der Polizei erschossen, sondern wir werden von Gangs erschossen, den Bloods und anderen. Also insofern ist da die Situation oft komplexer. Es wird dann von Seiten Black Lives Matter darauf hingewiesen, sie würden da ja auch was machen, aber das ist dann relativ wenig im Vergleich zu den Hinweisen auf Polizeigewalt. Und auch Polizeigewalt kann man möglicherweise anders interpretieren als mit dem Passepartout-Begriff Rassismus. Denn wenn man sich die Polizeigewalt in den USA ansieht, die findet in bestimmten Räumen statt. Das sind oft nicht die großstädtischen Räume. Ferguson war kein großstädtischer Raum, das ist ein suburbaner Raum, wo sie schlecht ausgebildete Polizisten haben. Die haben zum Teil drei Wochen Kurse und werden dann auf die Straße geschickt. Die Leute haben Angst, weil jeder eine Waffe haben kann. Die erschießen ja auch Weiße, weil sie Angst haben. Und sie haben einen Chorgeist, wo sie alles vertuschen, was schiefläuft. Also ich habe das einmal in New York erlebt, wo eine Spezialeinheit der Polizei einen unbewaffneten Schwarzen erschossen hat. Die haben 42 Schuss auf den abgegeben, von denen 19 getroffen haben auf fünf Meter Entfernung. Und der Polizeichef, der schwarze Polizeichef von New York stellt sich hin und sagt, das war mal ein professioneller Einsatz. Wo ich mir dachte, also bitte auf fünf Meter Entfernung so oft vorbeizuschießen und nicht zu sehen, dass der keine Waffe hat. Das ist nicht professionell. Aber da gibt es eine Rhetorik, mit der Fehler übertüncht werden. Dann wird sehr oft die patriotische Geige hervorgeholt. Und das sind strukturelle Fehler. Also Rassismus ist sicherlich eine Komponente, das würde ich nie bestreiten. Aber es gibt andere Komponenten. Und die verliert Black Lives Matter gerne aus den Augen. Und in der Black Community weiß man aber, dass es diese anderen Komponenten auch gibt. Ich öffne in den Raum und schaue. Moment, dafür brauche ich definitiv die Brille, um zu gucken. Elke? Ja, genau. Bitteschön. Vielen Dank. Ich finde das wahnsinnig interessant und habe ganz viel Neues erfahren. Und vielleicht, um mein Bild zu klären, darf ich es einmal rumdrehen und fragen, wann darf man schlafen? Was sind die Bereiche für diese beiden Gruppen, wo sie die Augen zumachen, sich zur Ruhe begeben, keine Sorgen haben, nicht aufpassen müssen, sich nicht korrigieren müssen und nicht eingreifen? Also, um die Antwort für die Evangelikalen zu geben, die krasseste Antwort würde lauten, wenn ich in Abrahams Schoß ruhe. Also, wenn die Apokalypse stattgefunden hat und sozusagen die endzeitlichen Ereignisse überstanden sind und ich in der Gnade Gottes stehe und weiß, dass ich auf ewig gerettet bin. Aber es gibt auch eine vorläufigere Antwort für weiße Evangelikale, wenn die Zustände wie in den 1950er Jahren wiederhergestellt sind. Das heißt, nicht notwendig, die Rassentrennung. Also, die Evangelikalen, weiße Evangelikale sind weniger rassistisch als andere Gruppen in der republikanischen Partei. Aber vor allen Dingen die Frage, Abschaffung der Abtreibung. Dann Beendigung der vielen Ehescheidungen, Rückkehr zu einem Modell, wo Mann und Frau, Mann und Frau wohlgemerkt, eine Ehe schließen, drei, vier, fünf Kinder haben, zwei Autos, zwei Hunde, vier Fernsehapparate und dann einen Platz in einer Suburb. Das ist sozusagen das weltliche Ideal, das sich mit bestimmten religiösen Vorstellungen auch koppeln lässt. Was insofern interessant ist, weil die Ehe nach evangelikaler Vorstellung ja kein Sakrament ist, wie im Katholizismus, sondern Law of the Land. Trotzdem die Stabilität der bürgerlichen Nuklear-Ehe, das ist eine ihrer ganz zentralen Vorstellungen. Und dann kann man so ein bisschen schlafen. Aber man muss wachsam bleiben, weil jederzeit die Sünde einen einholen kann. Und ich empfehle immer, lesen Sie mal die Bergpredigt und lesen Sie sie kritisch, dann laufen Ihnen eiskalte Schauer über den Rücken, denn wenn ich die wörtlich nehme, gibt es eigentlich kaum eine Chance, der Sünde zu entgehen. Also wenn ich schon einen lockeren Blick irgendwo hinwerfe, bin ich bereits mehr oder minder verdammt. Und das nehmen Evangelikale sehr, sehr ernst. Nicht, dass sie sich daran halten würden, aber sie nehmen es sehr, sehr ernst. Also wie gesagt, im Woken-Bereich würde ich auch tatsächlich sagen, unter den gegebenen gesellschaftlichen Bedingungen kann es keinen Schlaf geben. Solange die USA einen Staat sind, der nach Vorstellung der Woken eine Republik im Grunde heterosexueller weißer Männer ist, solange kann es keinen Schlaf geben. So wie es für einen marxistischen Revolutionär keinen Schlaf geben konnte, solange der Kapitalismus noch existiert. Das würde vermutlich, würden die Woken auch mit hinzufügen, dass der Kapitalismus eine Funktion dieser Gesellschaft ist. Also man könnte dann schon sagen, solange die andere Gruppe existiert, kann es für die Gegenseite keinen Schlaf geben. Ja, ich würde gerne zwei Fragen stellen. Die eine betrifft nun die Mobilisierungsstruktur der Evangelikalen. Sie haben den Egalitarismus genannt, sie haben gewissermaßen auch ein plebiszitäres Element dabei angesprochen und natürlich das Personalverhältnis zu Gott. Meine erste Frage bezieht sich darauf, ob gerade für diese Gruppe und zwar auch mit Blick auf eine politische Mobilisierung im Grunde soziale Medien und das Internet eine ideale Struktur ist, das heißt also, wenn man so will, selbst eine evangelikalische Mobilisierungstechnologie darstellt. Das wäre die erste Frage. Und die zweite ist mit einer Bitte verbunden, eventuell das Bild zwischen dem gelobten Land USA und Israel vielleicht nochmal zu differenzieren. Denn ich erinnere mich, dass spätestens seit Anfang dieses Jahrtausends Megakirchen und die damit verbundene Predigerkultur tatsächlich einen engen Zusammenhang zwischen Evangelikalismus und Zionismus herstellen und nicht zuletzt auch zur Förderung der ganzen Siedlungsbewegung in Israel beigetragen haben. Ja, vielen Dank. Das ist sehr wichtig. Ich beginne mit dem Letzten. Es gibt tatsächlich die Bewegung des Christian Zionism. Einer der bekanntesten Prediger ist John Hagee. Und der Christian Zionism, die sagen nun wirklich, die Endzeitereignisse werden in Israel stattfinden. Also das bestätigt sich alles, was im Buch der Offenbarung des Johannes steht. Man muss aber unterscheiden, nicht jeder Evangelikale ist Christian Zionist. Die Christian Zionists sind eine Gruppe innerhalb des evangelikalen Lagers. Wenn Sie die Gruppe um Tim LaHaye, den Autor von Left Behind, nehmen, der verlegt nun tatsächlich in Left Behind die Ereignisse der Apokalypse in die USA und sagt, die USA sind der Staat, wo das losgeht. Und dann können Sie mal ins Internet gehen auf evangelikale Seiten, wo dann diskutiert wird. Da kommt nämlich genau diese Frage, wo steht das in der Offenbarung des Johannes. Aber diese Christian Zionists sind eine relativ starke Gruppe. Es ist aber unklar, weil es da auch keine Umfragen gibt, wie viele unter den Evangelikalen wirklich dazugehören. Sie haben auch relativ enge Kontakte zu jüdischen Orthodoxen. Man sagt immer die Ultra-Orthodoxen. Die Ultra-Orthodoxen lehnen den Staat Israel bekanntermaßen ab. Die sitzen in Meir Sherim und hassen Israel und haben ein Bündnis mit der PLO. Sagen wir die Nationalreligiösen. Es gibt ein Bündnis zwischen Christian Zionists und Nationalreligiösen mit dem Ziel, die endzeitlichen Ereignisse in Israel beginnen zu lassen. Da hat es auch mal Gerüchte gegeben, man wolle den Tempelberg in die Luft sprengen, damit jetzt der Krieg richtig losgeht. Aber das hat sich nie bewahrheitet. Nun ist auf nationalreligiöser jüdischer Seite man da, wie soll ich sagen, ambivalent in seinen Gefühlen. Denn für die Christian Zionists, die unterstützen die Israel und die Juden ja nicht, weil sie Israel und die Juden so lieben, sondern weil sie sagen, wenn die Endzeit kommt, was ist das Kennzeichen der Endzeit? Die Juden bekehren sich zu Jesus Christus als Messias. Das heißt, das eigentliche Ziel der Christian Zionists ist die Bekehrung der Juden. Und die Nationalreligiösen benutzen im Grunde die Christian Zionists, die oft relativ viel Geld haben, um ihre Siedlungsbewegung mitfinanzieren zu lassen. Aber gleichzeitig wissen sie ganz genau, das sind fragwürdige Verbündete. Um zur ersten Frage zu kommen, ja, unbedingt. Schon im 19. Jahrhundert waren das Meister der Kommunikationstechnologien. Evangelikale haben mit als erstes angefangen, etwa den Telegrafen zu nutzen. Das Erste, was auf einem Telegrafen getippt worden ist, war ein Psalm. Also das ist kein Zufall. What hath God wrote? Morse. Und Morse stand der evangelikalen Bewegung nahe, war nebenbei fanatisch-antikatholisch. Also Samuel Morse war durchaus im Dunstkreis dieser Bewegung. Man hat auch sehr früh Werbetechniken genutzt im 19. Jahrhundert. Also so ein Camp-Meeting im 19. Jahrhundert. Da kamen mehrere evangelikale Pfarrer in einen ländlichen Raum und bevor sie kamen, haben sie erstmal Stoßtrupps losgeschickt, die wie für einen Zirkus geworben haben. In zwei Wochen beginnt das große Camp-Meeting mit acht Predigern. Und es wird den ganzen Tag gepredigt. Aber es wird auch gesungen und hinterher haben wir ein Barbecue. Also das waren sozusagen Propagandatechniken der 1830er Jahre, die extrem erfolgreich waren. Richard Carver Dine, ein Historiker, hat immer gesagt, um 1830 waren 90 Prozent der amerikanischen Protestanten erweckt. Und ich kenne Quellen von Katholiken, die das beschreiben, die waren entsetzt. Man wälzte sich im Schlamm, man bekannte seine Sünden, alle weinten. Und die Katholiken haben immer gesagt, was treiben die da? Also was ist das, was die da machen? Also insofern war damals schon Kommunikation, Massenkommunikation sehr wichtig. Und dann natürlich, denken Sie an die Radioprediger. Da war übrigens ein Katholik, ein Fr. Coughlin, der dann den Nazis ziemlich nahe stand, ein Vorkämpfer. Aber danach waren es vornehmlich Protestanten, die das gemacht haben, erweckte. Dann Fernsehen, Televangelism. Auch da ein Katholik als Vorreiter, Bischof Furt und Sheen. Aber danach haben die Evangelikalen das übernommen mit eigenen Fernsehsendern. Und heute Internet. Also da waren sie immer unglaublich modern. Und man sollte diesen Modernisierungsimpuls, der manchmal oberflächlich ist, manchmal auch ziemlich tief geht, man sollte den nicht unterschätzen, um nur ein Beispiel aus dem 19. Jahrhundert zu bringen. Thomas Koch, der Begründer des Massentourismus. Dem kam diese Idee, als er einen evangelikalen Abstinenzkongress in England organisieren sollte. Und da dachte er sich, oh, Pauschalreise ist eine gute Idee. Also insofern, die waren auf dieser Ebene sehr, sehr innovativ. Das wird gerne vergessen und gerne unterschätzt. Gibt es weitere Fragen? Machen Sie sich bitte bemerkbar, Erik Puratich? Ich möchte Ihre Formulierung aufgreifen, dass Sie sagten, ja, natürlich, man muss immer wachsam bleiben, auch wenn man sich nicht unbedingt daran hält, was da eigentlich gefordert ist in dieser Wachheit. Von außen betrachtet würde man ja sofort Bigotterie rufen zum Beispiel und sagen, also diese Art von Doppelmoral, die ihr dann da gelten lasst, passt ja eigentlich nicht zu den absoluten Forderungen, die ihr sonst an Menschen stellt und vielleicht müsstet ihr die auch selbst einlösen können. Warum gibt es in diesen Bewegungen so wenig Spielraum dafür, zu sagen, ich habe jetzt gesehen, dass wir vielleicht zu schwach sind, um die starken Forderungen zu erfüllen, also nehmen wir ein bisschen was von den Forderungen zurück. Es scheint ja doch eher so zu sein, dass man dann eher so, ja, manichäisch argumentiert. Die einen sind dann eben der Sünde verfallen und landen in der Hölle und die anderen sind zum Glück, die gerettet werden. Und was dazwischen gibt es nicht. Es gibt keine Herabminderung des religiösen Furors, wenn ich das mal so kurz sagen darf. Also gibt es da irgendwas, wo Sie sagen könnten, nee, nee, ganz stimmt der Eindruck nicht? Ja, wobei ich würde erstmal sagen, es fehlt aus katholischer Perspektive die segensreiche Einrichtung des Purgatoriums, also des mittleren Ortes zwischen Himmel und Hölle, der etwas sehr Menschliches hat. Tatsächlich, was immer man dann theologisch davon halten will, aber er hat durchaus etwas Faszinierendes. Aber hier ist es tatsächlich noch komplizierter, würde ich sagen. Zum einen schwingt da das alte lutherische Simul Justus et Peccator immer noch mit. Der Mensch ist immer gleichzeitig Sünder und gerecht, denn er wird ja von außen gerechtfertigt, von Gott durch die Gnade. Und im Gegensatz zum katholischen Heiligkeitsverständnis, das ja als Qualität, gratia qualitas est, als Qualität akzidentiell an der Substanz haftet und reale Heiligkeit bewirkt, ist hier immer, sozusagen ich bin immer Sünder. Das ändert sich auch nicht. Aber da gibt es dann eine Möglichkeit, das Bekennen. Und zwar das öffentliche Bekennen, nicht die Beichte. Die gibt es nicht. Aber das öffentliche Bekenntnis, das finden Sie immer dann, wenn einer der großen Pastoren entweder Ehebruch begangen hat oder homosexuelle Affären hatte oder Steuern hinterzogen hat. Dann kommt ein tränenreicher Auftritt. Also ich erinnere mich an, wie hieß er denn, Jimmy Becker, der dann fünf Jahre ins Gefängnis ging und aus dem Gefängnis rauskam und feststellte, oh, ich habe die Bibel gelesen und festgestellt, die ist ja gar nicht für die Reichen. Da ist ja dauernd von den Armen die Rede. Und dann ist er tatsächlich in ein schwarzen Viertel von Los Angeles gegangen, um als Missionar weiterhin tätig zu sein. Es gibt auch andere, die machen einfach, der Swaggart, Jimmy Swaggart, der mehrfach Ehebruch begangen hat, ja, der hat sich halt tränenreich seinem Publikum gestellt, so, verzeiht mir, verzeiht mir, verzeiht mir. Und dann hat er weitergemacht. Also insofern gibt es diese Möglichkeit des öffentlichen Bekenntnisses, öffentlich Reue zu zeigen. Und das knüpft im Grunde an diese lutherische Gnadenlehre in ihrer kalvinistischen Interpretation an, wo dann ja diese Frage der doppelten Prädestination noch eine sehr viel wichtige Rolle spielt als bei Luther. Das beißt sich dann aber, und das ist tatsächlich ein Problem, das ich sozusagen in der theologischen Durchdringung bei den Evangelikalen nicht zu Ende gedacht sehe, es beißt sich mit dem, was in der zweiten evangelikalen Erweckungsbewegung als Perfektionismus aufgekommen ist. Das heißt tatsächlich, die Vorstellung, nicht nur die USA müssen perfekt werden, jeder einzelne Mensch muss perfekt werden. Und er muss perfekt werden, weil er perfekt sein kann. Und da steckt, in der klassischen Lehre hätte man gesagt, da steckt viel pelagianisches Denken dahinter. Also der Mensch ist von sich aus in der Lage, perfekt zu werden. Das beißt sich nun extrem mit dem protestantischen Gnadenverständnis, deswegen geht man davon auch in der dritten Erweckungsbewegung wieder ab. Trotzdem bleibt dieses Element immer untergründig mit drin. Das wird nie so richtig offengelegt, aber das dauernde Schwanken zwischen Sündenbewusstsein auf der einen Seite und der Forderung nach Perfektion auf der anderen Seite ist eine Art nicht aufhebbare Zwickmühle innerhalb evangelikalen Denkens. Luther Müller. Ja, ich habe eine Frage, die bezieht sich ein bisschen auf diese historische Linie, die Sie gezogen haben. Ich fand das sehr interessant, dass Sie die Verfassungsfreundlichkeit im 19. Jahrhundert so betont haben. Da wollte ich fragen nach dem aktuellen Zustand. Also wie ist der aktuelle politische Horizont des Evangelikalen? Also um so ein Beispiel zu sagen, also wenn man jetzt auf den Supreme Court hofft, der das Abtreibungsrecht kippt, dann ist man irgendwie verfassungsnäher als beim Sturm aufs Kapitol. Ja und also da würde mich interessieren, wie verhalten die sich jetzt, die Sie da adressieren als Leute, die im Prinzip so ein 15er Jahre Modell vor Augen haben. Wie verhalten die sich zu diesem Punkt? Also ich kann mir eine Rechtfertigung für Trump leicht vorstellen, dass man einfach sagt, man kann Gott nicht vorschreiben, welche Werkzeuge er sich aussucht, um das Gute zu Wege zu bringen. Ja, das können auch Ehebrecher sein und moralisch zweideutige. Also damit kommt man vielleicht ein bisschen durch. Aber wenn es diese tiefen Strangen gibt, so eine Art Verfassungskonformität, wie kann das erodieren? Oder wie schnell ist das erodiert? Oder ist das vollkommen erodiert? Das ist eine sehr schwierige Frage. Also was Sie zum Schluss gesagt haben, das hat Robert Jeffress, einer der evangelikalen Prediger, die Trump besonders nahestehen, tatsächlich wortwörtlich zu einer Doktorandin von mir gesagt. Gott schreibt auf krummen Zeilen gerade. Und wir müssen ihn nicht lieben. Wir haben Bauchschmerzen mit ihm als Mensch, aber er tut Gottes Wille. Und das ist insofern, weil George W. Bush hat das nicht gemacht, weil er hat Roe vs. Wade nicht gekippt. Aber Donald Trump, und das zeigt sozusagen aus der Sicht dieser Perspektive, wie mächtig Gott ist, dass er sogar einen Donald Trump benutzt, um diese Ziele aufzurechtzuerhalten. Und dann, die meisten dieser Evangelikalen haben heute ein originalistisches Verfassungsverständnis. Also das sagt im Grunde fast ein wortfundamentalistisches Verfassungsverständnis, wie es auch die Federalist Society unter den Juristen hat. Das heißt, so wie die Verfassung geschrieben ist, so hat sie zu gelten. Während sie den Liberalen Judicial Activism und Broad Constructionism vorwerfen. Das heißt, die Liberalen würden hingehen, und da ist auch wieder die Frage um Roe vs. Wade sehr wichtig, weil das ihr großes empirisches Beispiel ist. Die Liberalen hatten damals dafür gesorgt, dass der Supreme Court eine liberale Mehrheit bekommt. Und diese liberale Mehrheit hat dann erst 1962 gegen den heftigen Widerstand des amerikanischen Volkes Engel vs. Vitale durchgesetzt, das Verbot des Schulgebetes. Das ist für Evangelikale bis heute ein Schlag ins Gesicht, weil sie sagen, wir haben die USA gegründet. Wer waren denn die Soldaten in der Revolution? Das waren wir. Wer waren die Soldaten im Bürgerkrieg? Das waren wir. Und jetzt nimmt man uns das Schulgebet. Im 19. Jahrhundert wurde in den USA noch die Bibel als Schulbuch verwendet. Auch das ist ja inzwischen nicht mehr üblich. Also von daher sagen die, wir wollen die Verfassung so, wie sie ursprünglich angelegt war, mit Beruf auf den Briefwechsel zwischen Thomas Jefferson und den Danbury Baptists von 1803, 1894. Wo nämlich genau gesagt wird, ihr habt doch auch ein Interesse an der Trennung von Staat und Kirche, weil es die Kirche schützt. Und man hat bis 1948 das First Amendment so verstanden, dass es die Kirchen vor der Einmischung des Staates schützt. Und in den Augen der Evangelikalen haben die Liberalen das umgedreht. Die Liberalen gefährden durch ihre Verfassungsinterpretation die Rechte ihrer Kirchen. Also insofern ist das ein zweischneidiges Schwert. Und bei Roe vs. Wade lässt sich das besonders gut zeigen. Roe vs. Wade basierte auf Griswold vs. Connecticut. Das war ein Urteil über Privacy. Da wurde ein Recht auf Privacy erfunden. Und ich war einmal auf einer Konferenz vornehmlich jüdischer, liberaler Verfassungsexperten, die alle gesagt haben, das ist das am schlechtesten begründete Urteil, das der Supreme Court jemals geschrieben hat. Also man hat einfach alles, was man in der Verfassung hatte, in einen Topf geworfen, gerührt und gesagt, jetzt haben wir Right to Privacy. Und Roe vs. Wade basiert genau auf diesem Right to Privacy im ersten Trimester einer Schwangerschaft. Das heißt, auf einem Recht, das gar nicht in der Verfassung steht. Das reines Richterrecht ist. Dazu kommt, dass Roe vs. Wade praktisch ohne gesellschaftliche Diskussion durchgesetzt wurde, weil neun Männer in den Hinterzimmern der Macht beschlossen haben, wir kippen jetzt den gegenwärtigen Status, dass jeder Bundesstaat, weil es Kriminalrecht ist, dass jeder Bundesstaat eigene Gesetze darüber erlassen kann. Sondern wir nehmen Right to Privacy, erheben es in Verfassungsrang und damit ist es nicht mehr Bestandteil des Strafrechts. Das ist natürlich eine fragile Interpretation. Und deswegen der Vorwurf von evangelikaler Seite, die Verfassungsbrecher sind nicht wir, sondern seid ihr. Und aus einer konservativen Perspektive würde man dem auch zustimmen. Anders ist es tatsächlich mit dem 6. Januar. Das waren aber diejenigen, die da das Kapitol gestürmt haben, wenn man sich die Footage, also die Filme ansieht. Das waren Proud Boys, Oath Keepers, Boogaloo. Die erkennt man immer in den bunten Hawaii-Hemden. Und das sind Gruppen, die sind nicht besonders religiös. Zum Teil sind die Neo-Pagan. Also bei den Oath Keepers und Proud Boys und auch bei den Boogaloo's, da finden sie Neo-Kelten, Neo-Germanen, also alle möglichen Sachen. Das hat mit Evangelikalen, ich habe eine Footage gesehen, wo man dann die Cowboys for Trump, das ist eine christliche Gruppe aus Texas, als da das Kapitol gestürmt wurde, hielten die plötzlich an, drehten sich um und fingen an zu beten. Was eigentlich eine klassische evangelikale Reaktion wäre. Aber viele Evangelikale sind inzwischen politisch durch das, was wir vorhin gesprochen haben, so radikalisiert, dass sie sozusagen ihre genuinen evangelikalen Interessen da gar nicht mehr sehen, sondern einfach hinter diesen Verschwörungstheoretikern und rechtsradikalen Fanatikern hinterherrennen, weil sie glauben, das ist sozusagen, das ist unsere Erlösung. Angesichts Ihrer Schilderung ist man geneigt zu glauben, dass die Apokalypse in diesem Wahljahr durchaus nah ist und da ich keine Finger mehr sehe und hoffe, ich übersehe niemanden, würde ich vielleicht eine letzte kantianisch gefärbte Frage stellen, was können wir wissen, was dürfen wir hoffen. Sie haben ja angedeutet, dass die Evangelikalen durchaus schismatische Dynamiken unterlaufen angesichts der Tatsache, dass eben nicht alle auf diesen Pfad Kuanon aufspringen und etliche sich fragen, ob das noch der Weg des Heils ist, andere sogar einen woken Evangelikalenismus erwägen. Denken Sie, dass das Wahl entscheidend sein wird? Ich will Sie nicht zu einer Prognose verleiten, aber vielleicht zumindest im Hinblick auf die Zustimmung jetzt genau dieser Wählerklientel, die ja doch beträchtlich ist. Das sagten Sie vorhin. Obwohl ich kein Kantianer, sondern Neutomist bin, da wahre ich darauf, dass ich auch das nicht wissen kann. Das Charisma der Prophetie ist mir nicht gegeben, aber was ich so momentan ein bisschen befürchte, ist, dass diejenigen Evangelikalen, die noch sehr an dieser Bewegung kleben, dass die sich radikalisieren und dass sie dann genau das tappen, was ich vorhin geschildert habe, diese Politisierungsfalle. Das heißt, eine Form der Selbstsäkularisierung, wo ich im Grunde eine religiöse Semantik, eine religiöse Phrasiologie benutze, aber eigentlich ganz andere Ziele damit verfolge. Das war früher nicht der Fall. Die haben sich wirklich ernsthaft über viele Dinge Gedanken gemacht, auch wenn man über Kreationismus und so etwas redet. Das war nicht einfach nur Blödsinn, was sie da geredet haben, sondern da hat man viel Gehirnschmalz möglicherweise in die falsche Richtung gelenkt. Aber heute ist es tatsächlich so, dass man eigentlich nicht mehr treibende Kraft ist, sondern getrieben wird. Und das verstärkt diesen Säkularisierungsimpuls und das verstärkt die Radikalisierung, weil auch insgesamt in der republikanischen Partei man den Eindruck hat, dass da inzwischen Kräfte haben zugesehen. Ich weiß nicht, wer von Ihnen das Projekt 2025 kennt, der American Heritage Foundation, was die planen für das erste Jahr der Regierung Trump. Und wenn man das liest, dann wird einem dann doch echt etwas schummrig. Also die Republikaner waren für mich immer eine Partei, die sozusagen auf dem Boden der amerikanischen Verfassung stehend konservative Werte vertreten. Und aber was da heute vertreten wird, das ist schlicht rechtsradikal. Und also wenn die Gruppen sich durchsetzen, dann kann ich tatsächlich nur sagen, Gnade uns Gott. Das war ja wahrscheinlich auch genau der Plan, auf den sich Kagan bezogen hat, als er von einer Diktatur sprach. Man kann nur antworten, stay woke. Und mit diesem Appell an alle den ganz großen Dank an Sie verbinden. Erstens für den sehr, sehr erhellenden Vortrag, aber auch für Ihre Auskommensfreude in der Diskussion. Dankeschön dafür und Dank an das Publikum für Ihr Interesse. Bleiben Sie den Most Electors gewogen. Haben Sie einen guten Abend. Applaus